Mein Name ist Christian Seitz, ich bin Produktionsleiter bei der Hengster Zylinder GmbH in Hausnacht. Das sind Hersteller von Hydraulikzylindern. Wir produzieren die Zylinder für Wacker und Kräne, für mittelständische und große Unternehmen. Und wir haben unseren Coupemaster entschieden, weil wir Schichtige spezifizieren möchten und auch Nassschichtige messen möchten, damit wir dann im getrockneten Zustand die Schichtstärke erreichen, die wir im Vorfeld vordefiniert haben. Mein Name ist Brian Amarbetay, ich schaue bei Kümengstein heute. Im Coupemaster können wir im Nass-Zugstatt messen. Das heißt, wenn wir da gleich wieder gehen, wir haben ein besseres Ergebnis. Und das ist echt was Gutes für uns, das macht die Arbeit leichter. Alles denkt gut. Auch dass wir noch mit den Hengst aufgefangen haben.